Der Galaktische Schutztruppe mitbringen können. Ah, Erinnerungen. Jedenfalls beschloss ich, aus ihm einen wahren Champion zu machen. Mit seinem Roboter-Kumpel Clank waren wir das perfekte Team. Aber dann musste er ja mit Hobulis retten und berühmt werden. Es war Zeit, für diesen lästigen Lombax eine Lektion zu lernen. Es ist nur Platz für einen Helden in dieser Galaxie. Wäre er doch noch nicht so heldenhaft. Ratchet? Also, jetzt geht er bloß an. Ratchet und Clank im Kino Ratchet und Clank im Kino